Oh, was ist hier mit Eisen los? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg, 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 weg. Ich glaube, ich entfühle mal ganz kurz unseren Fünferdrill und Baueisen ab. Das könnte interessant werden. Fünferdrill? Da bist du. Töp. Ich ersetze dich mal mit einem Dreier. Könnt ihr auch mit einem Einer ersetzen, ha? Ja, ersetze dich mal mit einem Einer. Hier, kriegst Stromspardinger und dann arbeite weiter. So, Fünferdrill oben drauf setzen. Das wird aber so dermaßen viel produzieren, dass wir es nicht abtransportieren können. Das heißt, ich tue jetzt etwas sehr Gefährliches. Düm, 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 düm. Und werde gleich angegriffen. Das ist super Timing. Zack. So, und dann bappe ich jetzt hier. Äh, nö, 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 nö. Das habe ich schon mal gemacht, letzte Staffel. Ich weiß, es geht. Aber ich weiß auch, dass ich sehr viele Roboter normalerweise brauche. Du hättest die jetzt ganz gerne. So, da. Eisenerz. Schrift links, schrift links. Das reizt die Roboter jetzt auf jeden Fall aus. Na, kommen sie. Jo, geht gut ab. Nom, 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 nom. Hat nicht mal geschafft, da ein Stack abzuholen. Okay, ich brauche mir Kisten. Aber das sieht geil aus. Okay, also daran versuche ich jetzt zu arbeiten, dass wir das hinbekommen. Und unten wird was zerstört. Oh, steht noch ein Lasertummel über uns zerstört. Das ist nicht gut. Dann sitzt doch mal. Ja, wir kommen doch schon. Da. So. 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 Macht den da endlich weg. Ein, 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 ein. Auch wenn wir hier unten fast nie angegriffen werden. Eher hier, aber ist dann halt so. Brauche ich hier unten eigentlich Roboabdeckung? Das passt zwar nicht ins Muster, aber ich bräuchte es zum Einsammeln der Leichen und Zerstören der Wälder. Das ist wichtig und so Zeug. Hm. Bab mal. Da hin. Passt jetzt nicht wirklich ins Muster. Muss ich mir überlegen. Aber ich hätte ganz gerne hier die Möglichkeit, das da zu machen. Jedenfalls bis da schon mal. Oh ja, mk1 RoboPorts hier hinsetzen könnte schon mal helfen, das um bis hier zu erweitern oder so. Und theoretisch gibt es ja noch mk2 RoboPorts und vielleicht sogar noch mk3, auch wenn ich das ein bisschen Overkill finde. Gucken wir mal. Bestimmt hier irgendwo bei. Da, mk2 RoboPort. Supply Area 200 mal 200. Was haben die anderen? Ja, mal eben doppelt zu viel. Aber war auch dementsprechend teuer. Ja, ja, 45 Liter Chips, 90 Tungsten Dinger, 180 Tungsten Plate. Boah, ist ein Brocken. Bau mir bitte Tungsten an. Die Forschung hätte ich jetzt im Nachhinein eigentlich ganz gerne geändert. Weg von Laser hin zu dem, was wir gerade brauchen. Oh, hier wird alles schön zerlegt. Die Flüssigkeiten sind ein bisschen ärgerlich. Hätte ich theoretisch vielleicht wegpumpen sollen. Wobei, warum lässt du die stehen? Oh, ich glaube, er hat die Tanks nur abgerissen, wenn sie leer waren. Die vollen hat er da gelassen. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch hier so einen Schwefelsäurepuffer, der jetzt nicht so wirklich wichtig ist. Aber, äh, ja. Das bitte weg. Braucht keine Altlasten hier. Alles mit dir. Du gingst nach unten. Du gingst nach da. Die Kohlegeschichte hier kann auch abgerissen werden. Ja, das Strommuster ist ein bisschen durcheinander hier. Aber die Öltanks könnten wir theoretisch auch erstmal leerpumpen lassen. Aber hey, wir haben unendlich Öl. Das, äh, da sollte ich mir nichts für den Kopf drum machen. So, klick. Genau, macht mal Roboter, ist okay. Äh, ihr seid durchgehend am Brennen. Das ist super. So, staust du dich immer noch hier? Nein. Sauber. Ja, jetzt wo wir die Batterien durchgehend herstellen, ist das auch kein Wunder. Kommt auch gut hinterher. Ja, schick, schick. Dann mache ich mir nochmal einen Spaß und gucke wieder nach den Topazen. Oh, ja hier, geh her. Nom, 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 nom. So. Äh, noch. Oh, oh. Äh. Stimmt, ich wollte noch mehr Kisten bauen, bevor ich hier was anderes mache. Ähm, du brauchst da eine Kiste als einziger. Shift rechts, shift links. Ah, das ist doof mit den Dingern. Okay, Planänderung. Ich lasse es jetzt erstmal so weiterlaufen, auch wenn es total durcheinander und verwuselt und was weiß ich ist. Äh, aber wenn ich die Zeit und Musse dafür habe, werde ich die Schmelzöfen alle hier abreißen, neu aufbauen und zwar innerhalb des Musters. Die ganzen Fließbländer kommen hier weg und dann ist alles so eingestellt, dass es für Roboter nur ist. Ich kann ja schon mal hier ein paar abreißen. Werden gerade eh nicht genutzt. Nom, nom, nom. Und dann mache ich sie so, dass sie auch ordentlich passen. Also. So. Obwohl, nee, wir haben ja ein Muster für sowas. Wir haben ja hier unsere schönen Reihen immer. Das heißt, wir bappen das einfach hier hin. Und da hin. Rot, rot. Rot, rot. Blau, 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 blau. Reinlegen, rauslegen. Ist richtig so? Blau rein, rot raus. Ja. Da hättest du ganz gerne Eisen. Shift rechts, shift links, shift links, shift links. Und ihr lauft alle stromsparend. Go. 8200 im System. Müsst denn doch eigentlich jetzt schon angeflogen kommen, ne? Ja, da kommen sie. Okay, zeig mal her. Wie sich das so aufgeht. Könnten wir theoretisch jetzt auch noch schneller machen, ne? Sobald genug drin sind. Ja, es kommen schnell genug Sachen rein. Also machen wir das raus und Spaß ist halber Speed-Module rein. Kommt der hinterher. Mit schnellen Ärmchen. Nicht mal mit sehr schnellen Ärmchen. Das könnten wir auch noch machen. Geil. Okay. Nimm das raus. Nimm das da rein. Ich sehe meine sehr, sehr große Eisenkiste, diese 3x3 Felderkiste, schon prall gefüllt eben rumstehen. Macht die komischen Dinge weg. Zack. So, zack, 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 zack. Brauchen wir aber. Wir sind schon wieder auf 5000 Eisen runter. Ja, und so bauen wir das da oben alles einfach um. Wir reißen das da oben ab, bauen es hier irgendwo mit hin und dann passt das. Ja, das Ding ist gleich voll. Krass, 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 krass. Ja, die sind am Arbeiten. Bessere Schmelzöfen. Ja, baue fünf Stück, die ich nämlich noch im Inventar hatte. Also die MK1 hatte ich im Inventar, jetzt baut ihr die MK2 da draus. MK3 könnten wir auch ja demnächst mal anfangen. Also allgemein haben wir richtig schön viel Hightech-Zeug, Spielzeug, mit dem wir gerade anfangen könnten. Achso, da kann ich es gar nicht hinsetzen, schade. Oui, oui, oui. Nein, falsch rum. Falt rum, falsch rum, falsch rum, falsch rum. Weg, weg. Warum hast du dich gedreht, komisches Muster? So, ist richtig. Ja, okay. Oh, da wird was zerstört. Hier müssten doch eigentlich ein paar mehr Türme sein. Achso, nur Mauern. Ja, ist okay. Äh, bitte aus aktuellem Anlass. Schön überall einen Turm hin. Oh, ist ein Anfang. Nö, ist ein Anfang. Zing. So. Und die Laser-Panzer. Kann ich den schon sehen? Bestimmt bin da unter irgendwas komischem abgespeichert. Oh, nee, nee. Dightech-Machine? Äh, wäh. Waffen. Wo ist mein Panzer? Ah, da. 16 Engine-Units. Zwei Laser-Guns und ein Tank. Also für den Tank brauche ich Engine-Units. Die Engine-Units müssten eigentlich im System irgendwo liegen. Wir hatten ja die anderen Sachen abgerissen. Das heißt, ich schmeiß die mal raus und ich hätte... Hast du es bald mal da unten? 16 Türme schießen. Also. Gib mir Engine-Units. 50 Stück. Ist okay. Roboports haben wir hier? Ja. Zack. So, das kleine Kupferfeld, da könnten wir auch ganz schnell ausnuckeln mit unserem Mining-Drill. Das ist eine vollkommen andere Art zu spielen, so. Also was Ressourcen angeht. Wir verballern halt tierisch schnell die Felder. Geh weg. Geh weg, Roboter. Also, eigentlich nur die Steine, aber so. Habe ich da bestimmt wieder ein paar eingefangen, ne? Ja, raus mit euch. Weg, weg. Bald haben wir es echt soweit, dass die gesamte Basis komplett maschiniert ist und mit sowohl Strom als auch Roboports abgedeckt ist. Schöne Leistung. Wobei, so im Nachhinein, den ganzen Platz brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich hatte mir das ein bisschen mehr vorgestellt mit den ganzen Fabriken. Also ja, ich habe bei weitem noch nicht alles automatisiert, ne? Aber das brauchen wir auch gar nicht. Das hier wäre allerdings schön, wenn wir das mal fertig kriegen würden. Also setzt das bitte nochmal so hin. Ja, okay. Alles okay hier. Gas, das Leichtöl kommt nicht so ganz hinterher mit dem Verbrauch. Mach mal Speed-Modul rein. So. 3-3. Merke ich mir mal so ungefähr. Naja, eher 60% Tank. Merkt ihr, 60% Tank ist einfacher. Die Dinge hier sind immer noch nicht abgerissen. Ach, hier müsst ihr erstmal die Kisten leer machen, hm? Ja, okay. Sehe ich ein, dass das eine Menge Arbeit ist. Komisches Gedöns hier mache ich kurz weg. Und Doppase. Wie viele Doppase haben wir inzwischen? 96. Sehr gut. Oh, wir haben die... Oh, wir haben jetzt schon alle Doppase, die wir abgebaut haben unten, schon verwurschtelt. Zu... Das ist der Rest an Crush-Dingern. Die Crush-Dinger werden gerade alle weiter verarbeitet. Also er ist nur eine Weile am Arbeiten, aber dann haben wir auch irgendwann keine mehr. Aber es sollte schon reichen für eine ordentliche Verteidigung. Vielleicht nicht komplett an jedem Pfosten zwei Türme, aber mindestens an jedem Pfosten einen Turm und noch ein bisschen was extra an den Knotenpunkten. Ah, ist okay. Das ist völlig okay. Roboter. Scheinen soweit zu klappen. Der Weg ist ein bisschen weit. Lässt sich aber nicht ändern. Also doch, lässt sich ändern, aber will ich jetzt nicht. Wir könnten das hier mal höher stellen. Mach mal... 1000. Dass wir so einen richtig großen Puffer hier haben. Das heißt, jetzt werden die Roboter einmal alle überlastet, weil sie halt mehr transportieren müssen. Aber sobald die Kisten einmal voll sind, haut das gut hin. Und Eisen ist hoch auf 6,6. War vor kurzem noch auf 4,9. Vor gerade mal 10 Minuten oder so gefühlt. Echt schick. Und wir haben hier noch... Dumm, 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 neue Schmelzöfen, die wir jederzeit in Betrieb nehmen könnten. Wo wir auch schon mal... Na, wir haben nicht genug Spiegel, oder? Die hole ich noch flinkens ab. So. Dann bereite ich die da unten schon mal vor. Und in den nächsten Folgen können wir die in Betrieb nehmen. Je nachdem, wie weit wir kommen in Richtung MK2-Logistik-Bots. Wobei, hatte ich die nicht sogar schon erforscht? Ich wollte sie nur nie machen, weil sie zu teuer waren, oder? Kann das sein? Nee, habe ich noch gar nicht. Joa, und bauen wir bitte einen Panzer. Das ging schnell. Oh, der baut richtig Geschwindigkeit auf. 32 Meter die Sekunde. Äh, 32 kmh. 32 Meter die Sekunde werden dicken schneller. Nee. Egal. Okay, Mauer. Tonk. Aber er hat instant eine Sandmauer geknackt. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man denkt, dass ein Spawner auch nur... Wie viele Lebenspunkte hat ein Spawner? 10.000? Also wenn ich 10 Mal dann schon gegen einen Spawner fahre. Äh, steig mal aus. Eigentlich müsste jetzt ein Roboter kommen, richtig? Ist kein bisschen dekadent. Ich stelle mir gerade so ein Multimilliardär-Söhnchen vor, der sich ein Panzer gebaut hat, der mir gegen eine Wand fährt. Und jetzt in voller Erwartungshaltung, hier steht, dass endlich mal ein Bedienstler kommt, wenn das alles in Ordnung bringt. Und der kommt. Und fliegt weg. Na gut, dann halt nicht. Oh, was ist hier los? Wir haben nicht genug Repairpacks. Und Boiler und anderes Gedöns. Ja, da kümmern wir uns dann auch nächste Folge drum.